Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werde ich euch zeigen, was ich auf dem OP-Blog noch ein bisschen näher gebaut habe. Und zwar, Leute, gehen wir erstmal hier schon gerade aus. Ihr kennt ja den Spawner, Einfach-Management-Plays hier, zweimal mein Kopf, meine YouTube-Kopf-Sammlung, kennt auch schon jeder. Und den Strip-Club, Leute, früher abgegrieft und Celine. Ja, natürlich würde ich ja gerne nur Celine sehen. Man kennt ihn, Leute, aber egal. Ja, hier vorne kommen noch Biegens hin, aber erst später. Dann gehen wir nach hier unten. Ja, kennt ihr alle schon, ne? Langweilig. Ihr denkt das so, eh, eh langweilig. Oh, da ist ja Lava. Ja, Leute, man kann das Teil einfach verschließen und dann kommt der Lava runter. Auch nicht schlecht. So, dann gehen wir mal wieder hier runter. Denkt ihr so, eh, eh langweilig wurde, Alter. Mach doch mal diese Scheiße weg. Oh, was sind wir denn hier? Oh, einfach schöne Blumen, Leute. Tja, wie ihr seht, habe ich das hier komplett mit Quarz, mit Nädterziegeln und ein paar Laternen und so ein bisschen hübsch gemacht. Damit man hier halt was Schönes zum Gucken hat. So, Leute. Jetzt kommt aber das eigentliche Highlight, was ich selber gebaut habe und was ich eigentlich auch recht cool finde. Das hier in diesem Design finde ich eigentlich recht cool gemacht. Gut, hier oben findet es noch der Fenster, aber das ist egal. Und hier kommt meine schöne Köpfe-Sammlung hin, Leute. Hier habe ich auch schon mal den 1. Porto-Kopf, Ripex-Kopf, wollte ich einfach drin haben in der Sammlung, wie schnell man den abbauen kann. Und Geschenkekopf, denn einmal noch Flo-Kopf, denn einmal noch Mr. JPEG, denn einmal noch Appen-Evil. So, Leute. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Infovideo zu meinem Plot gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Like da, abonniert mich bis zum nächsten Mal. Tschaui.